Ich habe eine Ratte zuhause und keine Maus. Nicht? Jetzt wirklich, ich habe eine Ratte zuhause, die läuft eben abends, wenn ich... Digga, bei mir lags. Ja, moin. Ah, fuck, bei mir sind welche, ich habe keine Waffe. Oh, fuck, Mann. Ich habe hier Score. Soll ich kommen? Ja, ich bin tot. Ach so. Wo gibt's Stress? Look at my dad. Bo, Digga, soll ich jetzt mal auf Taster 2 spielen? Ach doch. Okay, auf Taster 2 bin ich, glaube ich, besser. Äh, ne, ich lass es, Digga. Keine Waffe. Äh, kannst du mich gleich zum Krummeinführer machen, weil dann können wir gegen, äh, PS4-Spieler spielen? Fuck. Ich weiß. Okay, ey, ey, ey. Boaah, Digga, mein Freund ist um. Egal, kommt, lass du. Welcher Freund denn? 1 ist der Gerade, ein anderer Abfahrt. Aber das ist du, oder? Ja. Oh, I'm looking on my arsch. Ist jemand unten? Ja, über 100 Leute sind unten bei mir. Ja, ja, ja. Ist das wirklich so? Ich hab 400 mal irgendwas fremde. Ich guck mal. Es sind 132... Es sind 132 online... 133 Freunde online, ne? Ja, ich meinte jetzt bei dein Stream. Achso, ich dachte bei 0. Danke 4-0, Zuschauer! Oh mein Gott, Rekord! Danke dafür, Alter! Ja, aber ist nicht schön. Ja! Ihr kriegt alle einen toten Reber von mir! Komm, lass Lazy, ich muss Körbe machen. Auch wenn ihr kein Rettel die Welt habt! Ich, ich kaufe euch das einfach! Ja, moin! Kauf mir das! Ja, Mann! Okay, gut! Drei, zwei, eins! Oh mein Gott! First round! Ey, was ist das? First round! Ich bin echt voll Idiot! Oder ich liebe Fortnite! Fortnite ist ne Frau für mich! Fortnite ist wie ne Bitch für mich! Ja, Moin! Ja, Moin! Johnny, Johnny, Vick ist hier! Johnny, Johnny, Vick ist hier! 1, 2, 3, in the walk home to me! Ich geh hier hin! Oh mein Gott! Ich geh hier hin! Ich geh hier hin! Johnny, Vicky geht bei mir hin! Ha! Und der war Solo Spieler! Und der hat... Oh mein! Und ich... Und du bist da, oder? So, ich zu dir komm? Ich komm zu dir! Schnell! Mann! Ha! Fickt euch alle, Mann! Wichtig! Was ist da los, ey? Wichtig! Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Und ich liebe dich! Hä? Hä? Und dann kommt es so... Hä? 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 Okay, lass Basketball spielen! Jakob, hier, fang! Fang! Fang doch! Hä? Fang, komm, wir machen das mit Strandball! Ja! Fang, du! Hä? Hä? Oh, Kopfball! Oh, Kopfball! Dinger! Ich war mal letztens bei mir Kopfball gemacht! Ja! Schau mal ins Stream, Junge! Schau mal ins Stream! Hä? Das ist schön ... Wie das rausgeht, Junge! Ah! Pare des Palms! Ja! Warte, ich mag hier mal wo? Und zwar da! Hä? Was? Was für ein Video? Ich mache einen Stream und ich schaue meinen eigenen Stream. Du Fidio. Du bist ein Fidio und ich bin ein Fidio. Und du bist ein Fidio. Ich bin ein Video und du bist ein Fidio. Er hat sich nicht selber umgebracht. Nein. Nein, der hat sich wirklich jetzt nicht selber umgebracht. Doch. Ach, dieser Bastard. Fick deinen Huber. Ich muss Basketball. Scheiße. Oh Gott. Fickst da nie jemand? Ja, ich habe ihn getebackt. Was macht er? Er schlägt mich kaputt. Ah, dann habe ich ihn gekillt. Okay, ich mache einen Korb. Das hat bei mir zehn Jahre gedauert, ne? Ich mache jetzt von hier, Digga. Oh mein Gott, war das knapp. Vor uns. Hier kriegst du ein Minishield. Vor uns ein Gegner. Ich habe heftige Lags. Ich sauge mich so. Ich spieg den jetzt. Ich spieg den jetzt. Oh, ich seh den! Irgendwärst du hier! Ist er bei dir? Ja! Das ist glaube ich 2 Ah! 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 Pekka! Guck mal ins Stream! Ja was geht los? Ja gut! Wohin? Er gibt... Er gibt mir... Er gibt mir Doppel-Headshot! Oh mein Gott! Mach mal bitte die Tür zu! Nein! 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 Okay Spaß! Er gibt mir einfach mit der Börse! Guck! Er rennt so zu dem Auto! Und dann macht er so ein Turn-On! Digga! Und gib mir alter Börse! Blackshot! Was ist das? Ich hab gesnickt! Vorher wusste das man! Digga! Böster Turn-On Deutschlands! Ne! Auch wenn er Franzose war! Aber guck vor! Pflanzen kaufen! Pflanzen kaufen! Äh! Ja! Äh! Ja! Wenn wieder dann! Pflanzen kaufen! Ja! Meine Eltern! Ja! Moinsa! Oh mein Gott! Ich hab mich gekühlt! Okay! Okay! Ich muss jetzt noch zu Lazy-Links! Ist da auch ein Basketball vor? Äh! Woher soll ich das wissen? Ja Moinsa! Warte! Steck mal mein Headset rein! Weil es ist kaputt! Ich will mal gucken, ob du mich hörst, okay? Möchte dir eine Nachricht senden! Äh! Jemand! Warte! Warte! Hörst du mich? Hallo? Nein! Ich hör dich nicht! Nein! Ich hör dich nicht! Mach mal wieder zurück! Okay! Weil ich spiel grad ganze Zeit mit Kopfhörern und das ist halt so ein Abfahrt! Weil mein Headset kaputt ist und ich will ein neues Headset, aber ich krieg kein Zweck, weil ich nicht so arm bin, weißt du? Und da ist ein Noah! Das Chorri! Brum Brum! Was geht denn? Und Chorri hat sich was zu tun? Porn Porn! I don't win! I don't know what to battle with! Ich fahr zu ner Waffe, ne? Ich brauch Waffen! Porn Porn! Enemies! I don't know what to battle with! Ich weiß nicht, was ich grad hier singe! Porn Porn Enemies! Ich hab mir einen Schubbänger gegeben! Da war so low! Oh mein Gott! Was machst du denn? Danke für die zwei Zuschauer! Was? Zwei Zuschauer? Ja! Ja! Ja, Mäuse! Sorry für die Internet-Quali! Ich krieg ne... Neues Schubbänger! Hey, komm! Komm! Komm mal, jetzt kill mal jeden! Porn Porn Enemies! Keine Ahnung, was ich hier singe! Äh, kannst du mal in den Chat schreiben, äh, wer du bist? Ist ja wirklich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das? Ist doch der von Instagram? Oder...? Oh, fuck! Ja, hallo, hallo, hallo. Äh, kannst du mal kurz in den Chat gucken, wer, äh... Wacke ich. Ich guck mal selber. Ich kann nicht gucken. Der hat nicht geschrieben. Äh, kannst du mal in den Chat schreiben, wer du bist? Weil ich seh deinen Namen grad nicht. What the guy? Was ist das? Hallo, der, der mir grad zuschaut. Kann er mal in den Chat schreiben, wer es ist? Jakob, Jakob. Hallo? Kannst du mal in den Chat schreiben, wer du bist? Hallo, 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 hallo. Guckst du mir grade zu? Nein. Dicka, ich schwöre, wer guckt mir grade zu? Ich will das mal wissen. Hallo? Okay, Spaß. Warte, bei Instagram möchte mir jemand was ich senden kann. Wollt ihn ab! Wundert euch nicht, David ist Russe. Deswegen ist er auch so behindert. Nur Spaß. Weißt du was ich gesagt habe? Was? David ist Russe, deswegen wundert euch nicht, warum er so behindert ist. Ja, Jakob ist Pole. Wundert nicht, dass er behindert ist. Ist klar, Junge. Ja gut, in Polen... Ja, ich bin kein Pole, meine Eltern sind Pole. Und du bist Russe. Nee, ich bin auch kein Russe. Doch, wieso? In dein Auge! Okay, wo gibt's denn noch ein Basketballplatz? Wer hat mir grad gestoppt? Zwei Anfragen. Eats... Voll Fick. Keine Ahnung. Hat Live-Video gesendet... Ja, juck mich nicht! Nee, wir gehen zu Orgasmus Land Nummer 2, das ist das. Ja, okay. Ich kriege ein... Waaaaaah! Ja... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ich hatt's dir vor, du hast dich selber disgeliked. Nein, hab ich nicht. Oh, der hat so schlecht, Mann. Der hat einfach ne Pistole und ich halte... Und der kilde mich einfach immer... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ich hatte doch... Ist auch ein Stick Kid-Up! Na warum? Wenn es ist von oben noch immer ein Arschloch, dann gib ihn mir doch! Stadk-Up-Up-Up-Up-Up-Up! Wichser! Oh, jetzt ist der Barsch! Hol Busch! Hol Busch! Wer ist der Pestel? Ah! 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 Alter, die ist dumm! Oh mein Gott! Mein Pink, Junge! Dicker, wo baue ich hin? Ich baue zu Estland! Schieb mich! Boah, danke, dass ich mich heilen darf! Ja, mein Aim ist on point, ne? Oh mein Gott, Dicker! Boah! Was ist das hier noch? Ich hab nur, keine Ahnung wieviel Schaden kassiert! Acht! Ja, von, von, ich hab, hat er sich selber gekillt? Nein, er lebt doch noch! Ach so, ich dachte schon wegen der Pulskanal, er ist am Marsch! Falt mich! Oh mein Gott, ich bin am Marsch! Das nennt man Hacker! Ja, Moin! Warte, ich will mal, ich will mal hören, wie laut das ist, auf maximaler Stöcke! Oh mein Gott, ich bin am Marsch! Oh mein Gott, ich bin am Marsch! Tschüss, Alter! Meine Reaktion! Ja, Moin, Alter! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Da wird Schöpeljuka! Warte, ich will mal, ich will mal... Hey, hör mal auf zu Depp, Alter! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! Ich habe nur, keine Ahnung, wie viel Schaden passiert! Acht! Nein, ich lebe doch noch! Also, ich dachte schon wegen der Pulskanal! Du bist ein Ding, Alter! Wir haben Mauer, Alter! mein hals ist gleich trocken wenn ich jetzt ich schlaufe durch mein ganzes zimmer wie ein beklopter ehrenloser typ ja ja nicht mehr ich habe den fernseher von dem schlafzimmer bekommen ja deswegen darf ich alter hat sich irgendwie zerfickt hier ist ein arschloch oder bist du das okay ja bin ich ja bin ich auch ich bin ich auch meine ohren platzen leicht mein mund ja was soll ich denn da noch sagen was muss dein mund da noch sein kann sag mal was zum hals okay du kennst doch da ja ich kenne ruhig tschüss alter tschüss aus alter was ich kriege aber das gar und dann bin ich aus meinem zimmer rausgegangen wie ein keine ahnung wie ein schlafzimmersack ein junger rostet wegen der skar aus du kennst doch das spiel nicht ja und nein sagen oder schon verloren des jahrgesort ja ok bist du gut im fußball natürlich ich bin der beste magst du mich schon ich krieg zwei lilaner waffen aus zwei chests was ist das land ich habe noch eine skar gefunden ne ja ne ich was hab ne heavy shot du weißt schon dass ich was ja gesagt habe oh ja stimmt ah danke dass du es mir gesagt hast ich mach jetzt von mittelfeld ein tor komm lass diese scheiße komm lass diese scheiße mit dem ja oder nein ja ok egal was denn ja warte zählt das hier auch das ist doch kein oh meinst du bist zwei was denn ein basketball ja das hab ich auch die sind noch brennende schild hast du mini schild die ich mitnehmen kann äh wer will rette die welt sehen von mir ich bin da richtig schlecht drin aber kopf hoch hab totengräber äh nocturno alle eierwerfer der echte eierwerfer ne ich habe keine eierwerfer schreibe mal in die kommentare wer von euch schon mal gescamt wurde also ich schon sechs mal und da sind und da sind jede jedes kämen kunde oder was auch immer keine ahnung wie man das nennt mir zwei goldene waffen und eine linie und so mehr verloren gegangen nein nein wenn es hier irgendwo ungegner das nicht überhaupt wenn juckt oder du was soll ich jetzt mitnehmen da gehe ich jetzt jede runde ja drei skars ich habe jetzt ohne witz ich habe in drei liter eine waffe in drei liter in drei liter komm doch in mein haus komm mal in mein haus und klick deine skars hä ich kann ja guck drop mal deine skar hier hin doch guck mal hier liegen drei ich meine zwei guck 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 mal hinten ich mag da einen screenshot ja moin welches ist besser level 20 oder level 100 ich nehme die level 100 nicht passt ich nehme level 20 ja ja da gibt es nur level 20 hier sind welche das weißt du nicht echte wo denn wikinger oder ja komm lass mal ins und ich habe einfach einen schock 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 also ich hatte schon bei mir alter wenn das ist gar wäre ich schwöre auf alles ich noch eine kiste ich kann mich auch nicht so gut aus mein gott haben wir schon werbe kommen ich habe ja ich brauche ihn guckmann kannst du nicht mitnehmen oder warte ich kann kommen wir gehen dahin oh mein gott mein gott aber da krieg ich kein falsch an ich habe überall kein fahrer bekommen was los bei mir nein wenn da eine goldene skar drin ist mit ansage da kommt jetzt ein goldene skar raus ich werfe ein kontroller raus ach gut die haben mein leben gerettet was soll ich jetzt holen ich will die snapper haben ah stimmt ja ich hab hier die heraus oder wo ich mich egal komm lass uns gelocken wir haben jetzt bist du die zeit verkackt ja scheiß drauf egal komm jetzt zu mir ja man ich komm nein ich geh in die zone ja ich geh auch in die zone ja aber ich geh nicht auf den berg wie du ne ich bin ja auch nicht auf den berg ich will außen rum nur auf dieser seite ja ich hab 15 verbände und einen schlitzrank ja ich höre dann habe ich schwimmen des gründers wachs soll man wieder snobby nein hier ich geh ich hab irgendwie voll Bock auf snobby wo gehst du ach so oh mein Gott 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 Einer ist Noob! Einer ist ganz ein totaler Noob! Er ballert runter wirklich! Er ballert wirklich runter! Egalos! Oh, ist jeden Bastard! Mann, wie Egalos kann man nur sein! Ich habe keinen Bock mehr auf die! Nein, tschüss! Ja, und dann sind noch hinter uns welche... Bravo! Ich komme zu dir gleich! Bleib da, bleib da! Ja, ich komme! Ich komme zu dir, ich komme zu dir! Nein! Das war's, du kommst zu mir, ne? Hattest du einen Sniper? Ach stimmt! Ja, hab ich, aber du kannst gesnipen werden! Von oben, der hat Highgrounds! Der ist nicht mehr oben! Der ist unten! Supermen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Fertig ist das, da steht unverschämt! Nach dem Tod livro Steiner ist ganz offen prawda! Ich bin so schlecht, aber alles ist in meinem Pink! Ich hab keinen Bock mehr, ich rette die Welt! Warum denn? Weil ich rette die Welt gehe! Jo Jungs, das war's mit dem Stream, haut ab! Dummies, Alter! Oh nee, warte, ich hab einen zweiten Zuschauer! Hallo, wenn du Rette die Welt hast, dann komm, rette die Welt, weil ich will, ja, rette die Witzung einfach! Kannst du mal in den Chat schreiben, wer du bist, du Zuschauer? Schreib mal in den Chat, wer du willst! Wer treten, schick Fahr, Alter! Schwing, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei! Schick Fahr, Joshua, Joshua! Schick Fahr, Joshua! Äh, jöt, äh... Schick Fahr, Joshua! Ja, Moin! Ja, Moin! Ja, Moin! J, Schua, äh, elf und eins. Also J-Schuh-A. 1, 1, 1, 1. Boi, 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 Boi. Ich hab' keinen gefunden. Tja, willst du mich fekeln? J-Schuh-A. Achso, ja, okay, scheiße. J-S-H-U-H-1, 1, 1, 1. Oh, my goodness, oh, my goodness. Okay, Jungs, das war's mit dem Stream. Ne, das war's nicht mit dem Stream. Ich hab euch verarscht. Wer traden will, soll 1, 2, 3 schreiben. Okay. 1, 2, 3. Äh. Wer will traden? Hab nach den Waffen und vertradet. Gott ist auch ein teuer Satz-Sschuh-H. Best-Clan-Zi-Zi. Best-Clan-Zi-Zi. So ein Pädopheter hat mich gerade eingeladen, Alter. Okay, warte, ich geh in seine Party. Nein, 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 er ist zu dritt. Also, ich geh da nicht rein. Warte, komm, ich mach's. Okay, ich bin auf Spielchat. Aber jetzt geh ich in Partychat. Hallo? Ihr seid schlecht, ich hab Tuttengräber und die auch nicht. Ha, ha, tschüss. Was hab ich mit dem gemacht, Alter? Was war's mit dem Stream?